Damit kann man Videos machen, man kann damit Spiele machen, man kann Filme machen, Fotos, viele Sachen und man kann viele Apps damit machen. Mein Bruder hat so ein Gerät und ich spiele damit aber auch manchmal. Man könnte damit viele Apps machen, dass man so eine Schul-App hat, dass man damit Mathe lesen, Deutsch schreiben, viele Lern-Apps hat. Da kann man Filme drauf gucken und da gibt es auch Spiele und das ist klein, nicht so klein und das muss immer geladen werden.